Hallo ihr Abenteurer und ihr Outdoor-Kocher. Ich habe mir eine Pfanne zugelegt. Das ist eine Eisenpfanne. Da fehlt der Griff. Den Griff werde ich jetzt schnitzen. Da werden wir die Pfanne einbrennen. Ich zeige euch wie es geht. Ich habe nichts soweit als abgeschliffen. Abgeschlissen, abgeschnitzt. Ich gucke mal ob es passt. Vielleicht noch ein bisschen, da ich tiefer rein bekomme. Aber es funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt sehr fein hier oben gemacht. Jetzt kommt hier der rein. In der Autoindustrie nennt man sowas, glaube ich, Hochzeit. Jetzt müsste er eigentlich passen. Da ist es richtig drin. Gut, ist jetzt fest. Man sieht es. Hier. Da kommt noch ein Nagel rein. Gehe ich mal von aus. Aber fürs Erste. Sieht dann schlecht aus, oder? So, wir haben jetzt hier eine kleine Glut drin. Ich habe jetzt kurz ein bisschen getrocknet, ein bisschen erwärmt, weil ich ihn voll gewaschen habe. Und jetzt werde ich mal einölen. Ich habe jetzt einfach irgendein Öl genommen, was ich zuhause gefunden habe. So, jetzt gut verreiben. Auf beiden Seiten. Und dann ab dafür. Vielleicht seht ihr jetzt im Vergleich zum Anfang. Hier ist es recht schwarz. Hier ist es noch ein bisschen heller. Da ist das sogenannte Einbrennen. Und zwar bildet das Öl eine Patina und somit eine Schutzschicht. Weil Eisen ist ja nicht rostfrei. Und durch die Patina schützt man das so ein bisschen. Die erste Patina soll das jetzt Öl geschehen, was ich hier benutzt habe. Und die weiteren Patinas, die kommen einfach durch den Bratvorgang, in dem man was drauf brät. So, ich habe es jetzt gerade vom Feuer genommen. So sieht es jetzt aus. Schön eingebrannt. Wird jetzt einmal ausgewaschen. Und dann ist es auch schon einsatzbereit. Das zweite Mal ein kurzes Video. Das ist mal was anderes. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, könnt ihr gerne Kommentare. Da lasst mir sagen, warum nicht. Und bis zum nächsten Mal.